Hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo über die Hygienemaßnahmen während der Corona-Zeit an der Allemannschule Wutterschingen. Während der Corona-Zeit gilt eine Mundschutzpflicht, wenn es nicht möglich ist, einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das sind in etwa zwei große Schritte. Wenn man diesen Abstand einhalten kann, darf man seinen Mundschutz abziehen. Allerdings ist es auch kein Fehler, seinen Mundschutz anzulassen, um sich selbst und andere zu schützen. Trotz des Mundschutzes sollte man sich bemühen, stets 1,5 Meter Abstand zu halten und jegliche körperlichen Kontakte zu vermeiden, wie zum Beispiel Umarmungen und Händeschütteln. Wichtig ist auch, dass man seinen Mundschutz korrekt an- und auszieht, um die Funktionalität des Mundschutzes sicherstellen zu können. Den Mundschutz befestigt man entweder mit einem Gummi an den Ohren oder durch eine Schleife am Kopf. Der Mundschutz sollte Nase und Kinn bedecken. Außerdem sollte man darauf achten, dass der Draht an die Nase gedrückt wird. Um den Mundschutz auszuziehen, sollte man ihn möglichst an der Befestigungsmöglichkeit anfassen. Auf keinen Fall darf man die Innenseite des Mundschutzes berühren. Falls dies doch passieren sollte, muss man danach unverzüglich die Hände waschen oder desinfizieren. Seinen Mundschutz sollte man jeden Abend reinigen. Dazu kann man ihn für eine halbe Stunde bei 70 Grad in den Backofen legen. Andere Reinigungsmethoden findet ihr auch in Dila auf der Cloud unter dem Suchbegriff Mundschutz. Trotz des Mundschutzes sollte man stets darauf achten, in seine Armbeuge zu niesen und zu husten. Insbesondere beim Betreten der Schule muss man seine Hände desinfizieren. Hierfür sind an mehreren Standorten Desinfektionsspender verfügbar. Dies sollte man auch im Laufe des Tages regelmäßig tun. Vor dem Toilettengang sollte man darauf achten, dass man sich möglichst alleine auf die Toilette begibt. Falls man sich nicht sicher ist, sollte man einen Mundschutz anziehen. Um die Hände ordentlich zu säubern, muss man sie mindestens 20 Sekunden mit Seife waschen. Dies entspricht ungefähr zweimal dem Lied Alle meine Entchen. Wichtig hierbei ist auch das korrekte Abtrocknen der Hände und die Entsorgung deines Papiers. Das Papier wird nicht auf den Boden, sondern in den Papierkorb geworfen. Aufgrund der Hygienebestimmungen gibt es während der Corona-Zeit weitere Einschränkungen im Schulbetrieb. Die Mensa und der Schulkiosk bleiben vorübergehend geschlossen. Die große Pause entfällt und es wird kein Club- und Sportunterricht stattfinden. Falls man Krankheitssymptome aufweist, muss man zu Hause bleiben. Auch wenn diese nur sehr mild sind, zum Beispiel Husten oder Fieber. Für den Fall, dass man an dem Coronavirus erkrankt ist, muss man dies unverzüglich der Schule melden. Wenn ein Mitbewohner oder du selbst ein Risikopatient bist, aufgrund einer Vorerkrankung oder fortgeschrittenem Alter, darfst du selbst oder dürfen gegebenenfalls deine Eltern über die Teilnahme am Schulleben entscheiden. Im Falle einer Nicht-Teilnahme am Schulleben sollte man dies der Schule melden. Bitte haltet euch an die vorgegebenen Hygienemaßnahmen für ein angenehmes Miteinander, damit wir diese Zeit schnellstmöglich durchstehen.